Wir haben gut angefangen. Man hat es ja gesehen, wir wollten mal ein bisschen kitzeln, sage ich mal. Wir haben gut angefangen. Danach hat man ja gesehen, dass bei mir in der Klasse ein bisschen die Kondition fehlt. Und letztendlich dann eben das ganze Spiel war es ja schon richtig, dass ich das hier gemacht habe. Ja, wir haben gut gespielt meiner Meinung nach. Ein paar Minuten, Akzente hatten wir auch drin gehabt gegen so eine Mannschaft, die sie eine Klasse höher. Okay, zwar auch hinten drin, aber trotzdem. Dann hat man ja gesehen, dass verletzungsbedingt bei uns der eine oder andere wichtige Mann rausgekommen ist. Und ja, das sind meistens Faktoren, die eine ganze Mannschaft auseinanderbringen. Nein, wir lernen daraus. Wir machen weiter. Pokalspiel ist immer so eine eigene Regie, sage ich immer. Wir lernen daraus. Mir ist es wichtiger, in der Runde eigentlich die Punkte zu fahren. Ein Pokal wäre schön, immer weiterzukommen. Aber naja, jetzt sind wir draußen und weiter geht es für uns am Sonntag hier zu Hause.